Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video in der kleinen Videoserie Fotopills verstehen. Wir sind immer noch in Berlin an der Situation, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Und jetzt wollen wir mal einen konkreten Plan machen. Und um einen Plan zu machen, müssen wir natürlich im Vorfeld erstmal uns mit der Location und den Gegebenheiten auseinandersetzen und überlegen, ja was wollen wir denn planen? Also welches Bild wollen wir denn machen? Und dann können wir mit Fotopills rausfinden, wann und wie und ob das überhaupt möglich ist. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ich gehe einfach nochmal mit dem roten Pin, ich tippe drauf, halte gedrückt und schiebe den einfach nochmal an die Stelle, wo wir am Anfang schon mal waren, nämlich hierhin vor das Reichstagsgebäude und schiebe die Karte nochmal hier ein bisschen in die Mitte rein. Und ich will jetzt einfach gerne mal wissen, ist es denn möglich, dass ich den Mond von da aus fotografieren kann, wie er genau über dem Reichstagsgebäude steht. Also da, wo hier jetzt dieses Logo als Regierungsgebäude von der Google Maps Karte drauf ist. Und um das rauszufinden, werde ich einfach erstmal rechts unten neben dem Plus-Button in die Karteneinstellungen gehen, also diese zwei Rechtecke und da erstmal ein bisschen aufräumen, denn wir schauen einfach hier mal bei Kartenebenen. Sonne ist aktiv, Mond ist aktiv und Milchstraße ist aktiv. So, Sonne, Mond macht Sinn, Milchstraße brauche ich nicht. Das heißt, ich mache das Auge einfach mal aus und gehe oben auf fertig, respektiv unten auf zurück auf einem Android-Gerät und dann ist ja schon mal dieser Kreis verschwunden mit Milchstraße und ich kann mich besser auf das Eigentliche fokussieren, was ich will. So, ich könnte jetzt natürlich die Zeitachse unten weiterdrehen und warten, bis eben die hellblaue Linie vom Mond erscheint und genau das Reichstagsgebäude schneidet. So, wir gehen einfach mal die Zeitachse weiter. Wann kommt denn der Mond? Und wir sehen unten im Zeitstrahl, jetzt kurz nach 12 Uhr, jetzt müsste er langsam aufgehen. Wir gehen oben mal auf das vierte Paneel und sehen, der Mond geht um 12.41 Uhr auf, das heißt, das passt. Ich drehe einfach mal weiter und da kommt er. Und jetzt steht er genau über der Kuppel. Das heißt, wenn ich an diesem Punkt stehend am 30. Mai 2020 um 14.07 Uhr bin und meine Kamera in Richtung des Reichstagsgebäudes richte, kann ich das fotografieren und oben drüber steht der Mond. So, jetzt wirst du wahrscheinlich einwenden. Ja gut, aber es ist ja jetzt gerade mitten am Tag. 14.07 Uhr im Mai, da sieht man doch im Leben keinen Mond. Und das müsste doch am besten zu einer Zeit sein, wo es entweder Nacht ist oder noch besser, wo es einsetzende Dämmerung ist, dass ich eben noch einen schönen blauen oder sogar noch leicht rötlichen Himmel habe vom Sonnenuntergang, dann würde das Bild doch wesentlich schöner aussehen. Hier mittags um 14.07 Uhr bringt mir das doch gar nichts. Und außerdem, woher weiß ich denn, wie hoch der Mond gerade steht? Kann ja sein, dass der noch so tief steht, dass der hinter dem Reichstagsgebäude steht oder dass der viel, viel zu hoch steht. Ich will den da quasi genau auf der Kuppel oben drauf sitzen haben. Wie finde ich das denn raus? Das kann man beides rausfinden. Und zwar werden wir jetzt einfach erst mal den Spot, den wir fotografieren wollen, mit einem schwarzen Pin markieren. Dazu wischen wir oben bei den verschiedenen Infopanelen nach rechts, bis wir zum zweiten Panel kommen. Das ist das hier. Und da gibt es eben links diese Symbole mit dem roten und dem schwarzen Pin. Wir tippen da mal drauf und aktivieren den schwarzen Pin. Der wird jetzt einfach irgendwo auf die Karte hingeworfen und ist mit so einer gestrichelten Linie mit dem roten Pin verbunden. So, und den nehme ich jetzt und bewege den genau, wie ich den roten Pin bewege, indem ich einfach auf den schwarzen Pin drauf tippe. Dann springt er hoch und dann schiebe ich ihn dahin, wo ich ihn haben will. Und ich schiebe ihn jetzt mal genau auf die Kuppel vom Reichstagsgebäude. So, jetzt weiß Fotopilz, dass das mein Fotoziel ist. Das heißt, genau in diese Richtung will ich fotografieren. Und du siehst schon oben in dem Infopanel zum schwarzen Pin, habe ich jetzt schon einige sehr interessante Infos drin stehen. Da steht erstens mal Distanz 338,4 Meter. Das heißt, zwischen rotem und schwarzem Pin liegen 338,4 Meter. Der Azimut von der gestrichelten Linie sind 89,3 Grad. Wir erinnern uns, im Osten sind 90 Grad. Das heißt, die Linie ist nicht ganz waagerecht. Das heißt, ganz knapp über der Ostlinie. Also auch das macht wieder Sinn. Höhenunterschied steht da oben 1 Meter. 1 Meter würde 0,14 Grad entsprechen, wenn wir das Ganze in Grad ausdrücken. Damit ist jetzt nicht gemeint, Höhenunterschied von unten am Boden, wo der rote Pin steht, zu oben der Kuppel. Weil das ist ja wesentlich mehr als 1 Meter. Das Reichstagsgebäude ist ja nicht nur 1 Meter hoch. Sondern mit dem Höhenunterschied ist immer gemeint, die Höhe über dem Meeresspiegel. Das heißt, das wird jetzt einfach von Google Maps ausgelesen. Und Google Maps sagt einfach, die geografische Höhe von dem roten Pin auf Bodenhöhe und von dem schwarzen Pin auf Bodenhöhe hat einen Unterschied von 1 Meter. Im oberen Paneel darunter sehen wir, und jetzt wird es nämlich interessant, Höhe Mond. Der Mond ist 67,9 Meter über der schwarzen Nadel, in Klammergröße 3,2 Meter. Das heißt, wenn ich also am roten Pin stehe, und zwar, das haben wir ja rechts unten eingestellt, am 30. Mai 2020, um 14.07 Uhr, genau zu dieser Uhrzeit, wird der Mond genau in Richtung der Reichstagskuppel stehen, und zwar 67,9 Meter über schwarzer Nadel. Das heißt, 67,9 Meter über dem Boden. Angenommen, die Reichstagskuppel wäre jetzt zum Beispiel so ungefähr 64, 65 Meter hoch, dann würde der Mond jetzt eben genau oben auf der Kuppelspitze draufstehen, da er ja 67,9 Meter über der schwarzen Nadel steht. Dann wäre der Schott ja perfekt, wenn ich den Mond eben auf die Reichstagskuppel oben drauflegen will. Größe, 3,2 Meter, das bedeutet, dass der Mond 3,2 Meter im Durchmesser hat. Natürlich nicht in echt, logischerweise, der Mond ist ja viel größer, aber es sieht eben in Relation zu den sonstigen Objekten so aus. Das heißt, wenn die Reichstagskuppel zum Beispiel oben einen Ball drauf montiert hätte, der einen Durchmesser von 3,2 Meter hätte, dann wäre der genauso groß wie der Mond zu der Zeit. Jetzt bin ich quasi schon ein bisschen schlauer als vorher, aber ich bin immer noch nicht am Ziel von meinem Plan. Ich will ja, dass der Mond genau auf der Spitze von der Kuppel aufsetzt. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, wie ich den Mond genauso hoch wie die Reichstagskuppel platziert bekomme. Und zwar ohne mich hier von meinem Fotosbock wegzubewegen, weil ich will ja genau dieses Bild machen. Und das Ganze am besten noch zu einer Uhrzeit, wo das Ganze auch schön aussieht und eben nicht irgendwie mittags um 14.07 Uhr, wo man ja sowieso keinen Mond sieht. Dazu müssen wir im ersten Schritt uns mal Gedanken machen, wie hoch ist denn der Reichstag? Und dazu gehen wir einfach mal hier ins Internet, geben hier ein Reichstag, Gebäudehöhe, öffnen. So, mal schauen, was hier kommt. Da steht 47 Meter. Ich könnte das jetzt noch weiter recherchieren, ob das auch wirklich stimmt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das stimmt, 47 Meter hoch. Das heißt, ich gehe hier zurück zu Fotopilz und weiß nun im Hinterkopf, okay, 47 Meter hoch ist die Kuppel vom Reichstag. Das merken wir uns einfach mal. Und jetzt muss ich noch das Ganze irgendwie so deichseln, dass mir Fotopilz irgendwie sagt, an welchen Tagen ich eben genau in diesem Spot den Mond genau in der Himmelsrichtung, nämlich genau in der Himmelsrichtung von 89,3 Grad, genau in der Höhe von 41 Metern und das auch noch zu einer fotofreundlichen Zeit hinkriege. Beziehungsweise ist das überhaupt möglich und das wollen wir uns einfach mal anschauen, ob das denn geht. Und das funktioniert über die Finden-Funktion, die ist ganz links unten auf unserem Bildschirm, diese Lupe, Finden. Und da gehen wir einfach mal drauf. Bei iOS-Geräten, das ich jetzt gerade benutze, kommen hier vier Optionen. Bei Android gibt es nur zwei, nämlich jeweils Sonne oder Mond bei Azimut und Höhe. Das macht gar nichts, kein Nachteil für die Android-Leute, denn Sonne bei Azimut oder Mond bei Azimut ist ohnehin witzlos, denn wir brauchen ja immer Azimut und Höhe. Also sprich, wir wollen ja wissen, wann steht der Mond in welcher Himmelsrichtung und welcher Höhe, weil das ja die zwei Komponenten sind, die den Shot perfekt machen. Da es hier um den Mond geht, tippe ich einfach mal auf Mond bei Azimut und Höhe. Jetzt sehe ich wieder meine Karte und ich sehe, dass ein gewisser Bereich so ein bisschen schwarz untermalt ist, der jetzt eher im nördlichen Bereich liegt. Das ist quasi der Bereich, wo der Mond einfach generell nie zu sehen ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel oben irgendwo beim Spreebogenpark diese Flussbiegung fotografieren wollte und da einen Mond drüber stellen wollte, dann zeigt mir Fotopilz jetzt schon an, das wird niemals funktionieren. Nur im hellen Bereich ist es überhaupt möglich im Laufe des Jahres, dass da überhaupt der Mond zu sehen ist. So, da unser Shooting Spot eben das Reichtagsgebäude im hellen Bereich ist, wissen wir schon, okay, es ist grundsätzlich schon mal möglich, dass da irgendwann mal ein Mond steht. Haben wir eben vorher im Planer ja gesehen. Der Mond stand ja da eben da an dem 30. Mai 2020, nur eben in falscher Höhe. Und das justieren wir jetzt. Wir gehen erstmal oben, wo Zeitperiode steht, gehen wir einfach mal rein und tippen eben an, okay, innerhalb welcher Zeitperiode will ich mir denn die Ergebnisse anzeigen lassen. Es könnte ja sein, dass ich zum Beispiel nur zwei Wochen in Berlin in Urlaub bin und will wissen, okay, innerhalb von den zwei Wochen ist da der Shot überhaupt möglich. Hier kann ich natürlich bei Startdatum draufgehen. Ich tippe jetzt einfach mal heute ein. Ich nehme das Video hier am 9. April auf, gehe auf Enddatum, mache wieder heute, 9. April 20, schiebe eben hoch auf 21, dann habe ich ein Jahr abgedeckt und klicke einfach mal auf Fertig und dann oben nochmal auf Fertig und dann habe ich schon mal meine Zeitperiode eingestellt, innerhalb derer ich mir Daten auswerfen will. Nächster Punkt, den wir einstellen müssen, wäre der Azimut, also die Himmelsrichtung, in der der Mond stehen muss. Das ist hier schon voreingestellt auf eben genau diese 89,3 Grad, auf der wir unseren schwarzen Pin platziert haben und ich könnte jetzt rechts unten, könnte ich unter Numerisch reintippen und dann könnte ich das ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Nachhinein sage, ach, ich will es doch irgendwie woanders haben, könnte ich das ändern. Macht aber hier keinen Sinn, weil das immer sich am schwarzen Pin ausrichtet, aber ich kann unten in dem Feld Fehler plus minus, kann ich eine Toleranz in Grad eingeben. Hier macht es immer Sinn, mit einer Toleranz von 1 oder 2 Grad zu arbeiten, eben einfach, dass mehr mögliche Daten ausgeworfen werden, an denen der Mond eben genau an diesem Azimut steht. Denn es müssen ja nicht immer 89,3 Grad sein, sondern vielleicht klappen ja auch 90, vielleicht klappen ja auch 87,7 oder sowas. Also, dass man einfach ein bisschen Puffer nach links und rechts hat, das schadet generell nie. Also, ich gebe einfach hier mal 2 Grad ein und lasse das mal so stehen. Im nächsten Punkt gehe ich jetzt auf die Höhe und jetzt wird es interessant. Jetzt muss ich nämlich die Höhe einstellen, die ich will. Ich kann das machen, indem ich ganz rechts diesen dicken hellblauen Bobbel einfach anfasse und eben hochschiebe. Oder ich stelle es ganz genau ein, indem ich rechts unten wieder auf Numerisch gehe und gebe eben da unten bei scheinbarer Höhe über blauer Stecknadel einfach ein. Wir erinnern uns, 47 Meter, das ist nämlich genau die Höhe der Reichstagskuppel. Oben wird dann die Gradzahl automatisch angepasst, das heißt, es entspricht einer Höhe von 8,5 Grad über dem Horizont. Und auch bei Fehler kann man hier wieder eine Toleranz eingeben. Da wir die Höhe ja genau über die Reichstagskuppel wollen, dürfen wir hier natürlich keine so große Toleranz eingeben. Ich lasse trotzdem mal jetzt 1 Grad mal stehen. Vielleicht würde man auch nur 0,5 Grad machen, vielleicht auch gar keine Fehlertoleranz. Da muss man einfach mal hier und da ein bisschen spielen und mal schauen, wie man denn zu den gewünschten Ergebnissen kommt. Ich lasse jetzt einfach mal hier die Toleranz von 1 Grad drin. Wir sind jetzt im Grunde mit unserer Eingabe fertig. Wir haben, schauen wir oben nochmal drin, Zeitperiode festgelegt. Innerhalb welchem Zeitkorridor wollen wir uns Daten anzeigen lassen. Den Ad-Symbol haben wir festgelegt mit einer Toleranz von plus minus 2 Grad und die Höhe eben mit diesen 47 Metern. Und jetzt gehen wir rechts oben auf das Lupen-Symbol. Und jetzt passiert die eigentliche Magie, denn PhotoPills zeigt uns nun sämtliche Daten an, die eben zu unseren Angaben passen. Die Daten sind jetzt hier aufsteigend sortiert. Das sieht man daran, dass neben dem Wort Datum ein kleiner nach oben zeigender Pfeil ist. Wenn ich jetzt da draufklicken würde auf das Wort Datum, kehrt sich der Pfeil um und dann wird es eben innerhalb von unserem voreingestellten Zeitkorridor eben absteigend angezeigt. Das heißt, hier kommen erst die Ergebnisse von 2021 und dann geht es irgendwann in 2020 über. Das heißt zum Beispiel, das erste wäre Donnerstag, 23.04.2020 um 7.33 Uhr. Würde der Mond bei einem Azimut von 87,7 Grad stehen? Wir sehen im Vergleich zu unseren eigentlich gewollten 89,3 Grad ist das ein bisschen weiter, ich sage jetzt einfach mal links, und in einer Höhe von 9,0 Grad. Wir wollten eigentlich haben 8,05 Grad. Das wäre genau äquivalent diese 47 Meter. Das heißt, das ist nicht so ideal. Und die Mondphase ist auch nicht ideal, denn das ist eine Neumondphase. Das heißt, wir könnten zwar einen Mond fotografieren, der auch tatsächlich da stehen würde, aber wir sehen den eben gar nicht, weil er ein Neumond ist. Nächstes Beispiel, Sonntag, 3.05.2020 um 16.07 Uhr würde der Mond eben auch da stehen, und zwar bei einem Azimut von 88,31 Grad. Also ziemlich genau auf den 89,3 Grad, die wir wollten, in einer Höhe von 8,92 Grad, also auch ein bisschen höher als die 47 Meter. Und die Mondphase wäre so ein, ja, entweder zu- oder abnehmender Mond, aber so ein nicht wirklicher Vollmond, also auch nicht so schön. Wenn wir dann durchscrollen, sehen wir eben die verschiedenen Möglichkeiten, und diese Bilder, wo die Monde drauf sind, zeigen nicht nur die Mondphase an, sondern auch die Tageszeit, zu der das Ganze stattfindet. Und wir sehen schon, die hellblau hinterlegten Felder ist Tag, das heißt, die scheiden für Mondfotos eigentlich schon fast von vornherein aus. Interessant sind die orangenen Felder, das ist nämlich die goldene Stunde, respektive die blauen Felder, das ist eine Dämmerungsphase, und die schwarzen Felder sind tiefste Nacht. Die fallen auch raus, weil klar, in der Nacht kann man den Mond fotografieren, aber da ist die Umgebung vielleicht vom Licht her nicht so schön. Das heißt, orange oder dunkelblau, das sind die, die interessant sind, und wir wollen ja einen richtig schönen fetten Vollmond dahin stellen, deswegen sortieren wir jetzt einfach mal diese Tabelle nicht nach Datum, sondern nach Mondphase, indem wir einfach auf das Wort Phase draufklicken. Jetzt werden sie aufsteigend sortiert, das heißt, wenn ich nach unten scrolle, man sieht, die Monde werden immer voller. Ich will aber einen fetten Vollmond haben, deswegen drücke ich nochmal auf Phase, und dann wird es nach Mondphasen sortiert. So, und dann sehe ich schon, dass ich quasi ungefähr dreimal einen Vollmond oder einen nahezu Vollmond hinbekomme, und der oberste ist interessant, denn wir haben hier einen Vollmond, und wir haben eine Tageszeit, das ist eben eine dunkelblaue Unterlegung, das quasi kurz nach Sonnenuntergang in der Dämmerung ist, also da dürfte auch das Restlicht noch schön sein, und wann wäre das? Am 30.10.2020, um 17.37 Uhr. Azimut 89,71 Grad, also wirklich fast genau auf der gleichen Linie, wie wir es eigentlich haben wollten, und Höhe von 7,6 Grad, das ist ein bisschen tiefer noch, das heißt, er ist noch nicht ganz über der Kuppel, aber damit kann man ja arbeiten, denn man kann das ja immer noch ein bisschen vor Ort fein justieren. Das heißt, wir wählen uns einfach mal diesen Plan aus, und tippen einfach mal auf diese Zeile drauf, und zack, werden genau diese Daten in Fotopilz übernommen. Wir schauen uns unten auf den Zeitstrahl, und da ist es der 30.10.2020, um 17.37 Uhr. Wir sehen, der Mond, dünne hellblaue Linie, steht genau parallel zu der gestrichelten Linie, die eben den Fotospot roter Pin und das Objekt schwarzer Pin verbindet. Wir schauen oben im zweiten Paneel in die Angaben, und sehen hier, der Mond ist jetzt 44,3 Meter über der schwarzen Nadel. Das passt uns aber noch nicht ganz, denn wir wollen ja, dass der Mond 47 Meter über der schwarzen Nadel ist. Das heißt, jetzt ist er wahrscheinlich halb abgeschnitten. Wir sehen, Größe Mond 2,9 Meter, das heißt, der Mond ist quasi im Durchmesser 2,9 Meter groß. Das heißt, wenn er eben 44,3 Meter über der schwarzen Nadel steht, und eben nicht 47, dann sehen wir allenfalls das oberste kleine Stückchen, wenn ich es nicht verrechnet habe. Das ist suboptimal. Das heißt, ich zoome jetzt einfach mal rein auf die Reichstagskuppel. Nehme ich mir mal den Zeitstrahl unten vor, drücke mit dem Finger Lann auf den Zeitstrahl, um auf den 15-Minuten-Korridor zu wechseln, und justiere jetzt einfach mal nach. Ich drehe die Zeit einfach mal in kleinen Schritten weiter, und wir schauen mal, dass oben bei Höhe Mond passiert was. Denn die Höhe des Mondes verändert sich ja, je nach Uhrzeit, an der er sich am Himmel befindet. Wenn ich jetzt weiterdrehe, sehe ich hier, die Zeiten werden größer, und ich komme hier schon über 47 Meter hinweg. Das heißt, ich kann jetzt nochmal zurückdrehen und eben genau bei 47 Meter stoppen. Das heißt, der Mond ist jetzt genau 47 Meter über dem schwarzen Pin, aber er ist eben nicht mehr genau in der Mitte der Reichstagskuppel. Da hätte ich ihn aber gern. Das heißt, ich muss jetzt an der anderen Seite nachjustieren. Das heißt, ich muss meinen Fotospot ein kleines bisschen ändern. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf den roten Pin, und ich sage, okay, da ist ja genug Platz auf diesem Rasen. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stück weiter hoch, und schaue mal, ob das hinhaut. Ich gehe nochmal hin und merke, oh, jetzt habe ich den Mond ein Stück weit links gesetzt. Das heißt, ich gehe nochmal zurück, so, gehe nochmal ein kleines Stückchen runter, kommen wir jetzt hin, gehen nochmal rüber, schauen nochmal, aber der schwarze Pin ist ja auch nicht ganz in der Mitte, ne? Wenn wir ganz, ganz genau reingehen, nehme ich jetzt erstmal den schwarzen Pin in die Hand, drücke da drauf, und schiebe den genau in die Mitte von der Kuppel, das auch richtig präzise wird. Aber wir sehen, der Mond ist immer noch so ein bisschen nebendran. Jetzt kann ich natürlich ewig hier hin und her fummeln, und die Pins immer so ein bisschen fein justieren, um das Ganze rauszufinden, wann das denn jetzt genau mal passen würde. Es gibt aber eine Methode, die wesentlich einfacher ist, und da müssen wir nochmal auf die verschiedenen Buttons zurückgreifen, die man über den Plus-Button unten über dem Zeitstrahl aufrufen kann. Jetzt brauchen wir nämlich zwei Stück davon, nämlich, wir brauchen, ich wische mal kurz ein bisschen drüber, wir brauchen den Pin-Switch-Button, das ist der mit den zwei Pins und dem wechselnden Pfeil, und nebendran diese erweiterten Azimut-Linien. Ich blende einfach mal die erweiterten Azimut-Linien ein, ich nehme mich auf den Button drauf, tippe, jetzt kommen diese gestrichelten Linien, und diese gestrichelten Linien sind ja eine Verlängerung. Jetzt drücke ich nochmal auf den Plus-Button, nachdem ich das aktiviert habe, und links von dem erweiterten Azimut-Linien-Button kann ich nun die Pins switchen. Ich drücke da einfach mal drauf, und jetzt tauschen einfach rot und schwarz die Plätze. Und jetzt mache ich mir die erweiterte Azimut-Linie zunutze, indem ich jetzt mal auf den schwarzen Pin, der jetzt an meinem Fotospot sitzt, einzoome, und der zeigt mir quasi genau an, wo jetzt in Verlängerung der Mond steht. Wenn ich da ganz nah reingehe, sehe ich jetzt, ich kann jetzt den schwarzen Pin anfassen, indem ich einfach länger drauf tippe, bis er hoch springt, und setze den jetzt genau auf die gestrichelte Linie drauf. Und jetzt drücke ich nochmal auf den Switch-Pin-Button, der immer noch neben dem Plus-Logo unten sichtbar ist, und jetzt lasse ich beide einfach nochmal die Seiten wechseln. Zack. So, und jetzt, ich zoome nochmal raus, gehe rüber auf den schwarzen Pin, und jetzt sehe ich, es stimmt ganz genau. Perfekt. Und mit dieser Methode kann ich eben einfach die Feinjustierung übernehmen, und muss danach aber immer, nachdem ich das gemacht habe, trotzdem nochmal oben im oberen Infopanel zu den zwei Pins einfach nochmal checken, ob denn die Höhe immer noch stimmt. Ich habe jetzt hier eine Höhe im Mond von 47,1 Meter über der schwarzen Nadel. Die 0,1 können wir uns jetzt mal schenken, also das passt eigentlich immer noch. Jetzt ist mein Plan fertig, und ich habe eben jetzt durch diese Planung herausgefunden, dass es am 30.10.2020 um 17.40 möglich ist, sich an den Punkt, wo der rote Pin ist, hinzustellen, seine Kamera aufzubauen, den Blick zu richten auf den schwarzen Pin, nämlich auf das Reichstagsgebäude, und wenn ich dann zu der Uhrzeit abdrücke, dann wird der Mond genau über der Kuppel vom Reichstag stehen, und ich kann dieses Foto machen. Und ich muss mich eben nicht mehr auf Zufall verlassen, sondern ich kann einfach vorab auf meinem Sofa das so planen und eben unten über die Finden-Funktion mir verschiedene Daten anzeigen lassen. Dann sehe ich, welche Mondphase habe ich da, welche Tageszeit habe ich da, welche Lichtsituation habe ich da, und kann da eben wunderbar fein justieren und mir alle möglichen Pläne raussuchen, wo eben mein Wunschbild zu verwirklichen ist. Damit ich das jetzt nicht überschreibe, wenn ich jetzt einfach einen anderen Plan verfolge, kann ich hier ganz unten in der Fußleiste von dem Planer auf den Button Speichern drücken, und dann kann ich mir eben entweder einen Plan oder einen POI abspeichern, das heißt, ich könnte mir auch, da wo der rote Pin jetzt ist, das als Point of Interest abspeichern, sprich mein Shooting Spot, ich gehe einfach mal da drauf, POI, mache hier einen neuen POI, und nenne das einfach mal Berlin Spot Reichstag. Dann muss ich daneben auf Kategorie klicken, eine Kategorie vergeben, ich nehme jetzt einfach mal hier andere, drücke auf sichern, dann auf fertig, und jetzt habe ich mir quasi den Spot, wo der rote Pin sitzt, einfach mal markiert. Das heißt, wenn ich irgendwann mal wieder in ein paar Jahren auf die Idee komme, ach, ich könnte mal wieder in Berlin fotografieren, wo genau war das denn damals noch, dann kann ich mir einfach unten über Laden, über POI, übersuchen, Berlin, falsch geschrieben, Berlin, Spot Reichstag, den Laden, und zack, würde der dann auf die Karte rauf fliegen. So, ich wollte mir aber nicht nur den Spot abspeichern, sondern den ganzen Planen, das heißt, ich gehe wieder unten auf Speichern, und jetzt speichere mir den Plan ab, neuer Plan, und nenne das einfach mal, Berlin, Vollmond, über, Reichstag, mache sichern, und kann jetzt, wenn wir ganz unten mal schauen, habe ich noch eine Möglichkeit, mir Notizen zu machen. Das heißt, ich könnte noch hier hinschreiben, bitte Kamera nicht vergessen, oder kann mir sonstige Infos da hinschreiben, und kann auch hier wieder sichern, und jetzt kann ich ganz unten, neben dem Notizen-Schalter, gibt es noch Aktion, jetzt kann ich mir den Plan noch, zu meinem Kalender hinzufügen, das heißt, ich drücke einfach hier auf, zu Kalender hinzufügen, bei Android sieht das vermutlich ein bisschen anders aus, ich bin hier nur die iOS-Umgebung gewohnt, aber die Funktion gibt es bei euch Android-Leuten sicherlich auch, zu Kalender hinzufügen, da wird der Plan übernommen, mit Koordinaten, mit dem Datum, 30.10.2020, um 17.40, Ende ist jetzt hier 18.40, weil mein Kalender standardmäßig eine Stunde Laufzeit, für jedes Event eingestellt hat, das kann ich natürlich ändern, das ist in Ordnung so, dann mache ich einfach hinzufügen, und mache oben fertig, und dann habe ich mir den Plan, erstens in Fotopills abgespeichert, und zweitens nochmal als Event, in meinen Kalender abgespeichert, und wenn ich das mit einer Vielzahl von Plänen mache, dann kann ich einfach immer mal wieder im Kalender schauen, okay, wann geht denn was ab, und wann kann ich denn wo, einen geilen Shot machen.